so da sind wir zurück let's play world of warcraft classic wir stehen vor dem turm von il galar und sollen dort einen folianten besorgen unser teufelswächter teufelsjäger meine güte was wie auch immer unser treues begleittier was uns eine stunde begleitet ist also immer noch mit da dabei und den schicken wir jetzt mal nach vorne oh da kommt aber einiges das ist also ganz gut wenn ich hier nicht alleine bin so mein pet ich habe ja jetzt ein pet sozusagen das ist ja mein pet der kümmert sich da schon drum und du sollst aber du musst aber heile bleiben ich möchte nicht dass du stirbst das wollen wir nicht verbinde ich mal geht das ich kann mich nur selber verbinden okay das geht bei dem nicht regeneriert er sich denn der monen land haben wir bekommen gucken uns jetzt auch noch mal an dämonen und ein ring ja vier stärke ist jetzt nicht unbedingt wichtig für mich ausdauer und wille ein manner alle fünf sekunden naja besser als gar nichts ja leider leider wird das nicht besser bei dir steigt nicht ne ne das steigt nicht ja das aber ja bedauerlich na gut dann wird er nur so lange wie wie das erlebt bei uns dabei sein regeneriert nicht na gut wir sollten hier jetzt auch keine zeit verlieren all die weile ich nicht weiß wie die respawn time hier ist na gut zwei von den hunden ich fürchte da wird es gleich um meinen wächterhund ja leider geschehen sein also ganz so viel verträgt da leider nicht das ist schade das ist wirklich schade so jetzt ziehe ich mal meinen mannachat den muss ich jetzt haben und so und du läufst mir nicht davon oh die kann ich häuten das ist ja mal schön dann hätte ich den da unten wahrscheinlich auch häuten können hab's nur vergessen schade lebe ist hat seht ihr der ist schon wieder respawned also ich kann da jetzt gar nicht mehr dahin laufen und den bluten also rauf da sehr schöne dekoration muss man sagen muss man wirklich sagen da steht einer und vermutlich steht da auch einer da steht keiner überraschend da steht ein hund okay ich nehme ein bisschen manner und gesundheit tanken hier löwenherzhelm oh ja das wollte ich eigentlich für die für meine runde auch ganz gerne haben verbesserte trefferschance zwar jetzt nicht unbedingt ein verteidiger helm aber das jetzt so der beste tank helm ist ich glaube wohl nicht ja ich bin wieder auf den geschmack gekommen auch mit der kriegerin und wollte ganz gerne mit ihr auch das ein oder andere jetzt noch machen so denen müssen wir auch weg machen das hilft nix er sieht uns sonst hier vorbeilaufen das hat das hat keinen wert sagt du musst weg ja und da oben läuft auch einer er sieht mich jetzt aber nicht ich schlinge mich noch mal da runter um den zu bluten und ja nichts verkommen lassen hier so und ja geh du erst mal so ein stündchen da ist ein hund dann mache ich erst mal den der andere ist ja relativ langsam da kann ich den sogar noch küschnen und wenn du darum läufst dann laufe ich mal hier rum mache erst den anderen hund aber da sind noch mehrere hunde oder ne doch nicht na ist er jetzt weit genug weg doch hat noch gereicht so 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 also dafür das wir hier ja mit lovely 26 er geichnern hantieren ist aber die die quest belohnung doch ernüchter hat So, und jetzt wieder die Arcangeschosse. Die sind mir ganz recht, die verbrauchen zwar relativ viel Mana, finde ich, aber damit kann ich den Gegner ganz gut in Schach halten. So, jetzt Vorsicht. Da haben wir zwei Hunde und einen 26er. Wieder zwei Hunde und noch einen 26er. Ah ja, und der ist 27 Elite. Ach du meine Güte. Das kann ich ja gar nicht schaffen. Das wird spannend. Ich mache mir mal, prepare mal meinen Mana-Achard. Wachfut noch vier Minuten, sollte für die drei hier reichen. Kann ich einen davon scharfen? Humanoid, das müsste eigentlich gehen. Schauen wir mal. Schnellen Schutz. So, jetzt mache ich ein bisschen Mana sparend. Ich muss erst mal gucken, wie das hier so läuft. Mach schon, mach schon, mach schon. Jetzt den anderen. Wegbrezeln. Komm schon. Überall. Wie sie versengen. Ja, ich kriege jetzt halt auch schon auf die Schnüß. So. Ich würde da meinen Mana-Achard zünden. Ah, okay. Das sah gar nicht mal schlecht aus. Das Problem ist da mit dem 27 Elite. Da steht ja auch leider noch einer daneben. Ja. So, dann werde ich jetzt nochmal auftanken. Die müssten wir eigentlich auch ganz gut wegkriegen. Und da stehen sogar zwei daneben. Ach, du ahnst das nicht. Naja, das sieht schwierig aus. Das sieht schwierig aus. Hm. Und das Wasser reicht schon wieder nicht. Und wir könnten nochmal einen Buffhut nehmen. Okay. Yep. Mana-Affat machen So, ich hab gleich ein Level Up Das ist zumindest schon mal ganz gut So, wie gewohnt Diesen Ich glaub Mana sparen hat hier wenig Wenig Sinn Außerdem hab ich jetzt ein Level Up Das ist ja schön Das ist ja schön So Wenn ich den schaffen könnte Also wir haben Den Mana-Affat Wir haben nochmal Hervorrufung Also ich kann natürlich Einen von den Nebadranen scharfen Und dann den anderen wegmachen Und mich dann Auf den konzentrieren Aber Und der Respawn kommt auch bald wieder Das war ja klar So Ja, nur mein Leben ist das Problem Das geht ziemlich runter Das geht ziemlich runter Und ich hab keinen Heiltrank, oder? Ne, ich hab keinen Heiltrank Du musst weg Na gut, da muss ich schnell wieder hinlaufen War ja zu erwarten Also ich hoffe Dass der Respawn mir eine Chance gibt Und noch nicht gleich wieder zurück ist Und dann wieder hin kinds Das geht Das geht Und dann Ich hab keine Heilt clap Und dann Ich hab keine Heilt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020